einen wunderschönen guten tag meine lieben sportländer auf maverick tv zu meiner persönlichen prognose für den ersten europa league spieltag ja und das ist natürlich auch ein sehr schwieriges unterfangen denn da ist ja ganz europa aus all den ganzen städten vermixt alles was nach der champions league übrig geblieben ist und sich qualifiziert hat ist da miteinander vermischt und da sind duelle da fällt mir nicht mal nach vier tagen was dazu ein wenn ich hier lese bersheva gegen slavia prag sofia gegen klou ja das sind die duelle braga gegen aek athen ich denke das sind so duelle es ist wirklich ziemlich schwer da etwas zu prognostizieren wenn da noch kein spieltag gespielt wurde deswegen habe ich aus der langen liste freunde hier mir paar duelle ausgesucht und zu diesen spielen möchte ich mich ganz kurz äußern young boys bern gegen als roma sofia gegen klou dazu habe ich nichts dann haben wir rapid wien gegen arsenal ich denke arsenal wenn sie schon nicht in der champions league mit dabei sind werden sie versuchen eine ordentliche rolle und auch in vollbesetzung in der europa league zu spielen und die sind dann natürlich um einiges stärker als rapid wien ich denke mit william sind jetzt die william sind die auch so stärker als in den jahren zuvor und solange özil dann nicht spielt werden sie sicherlich den ein oder anderen erfolg mehr ergattern und ich gehe hier von einem auswärts sieg vielleicht sogar so mit zwei toren unterschied für arsenal aus ein 3 zu 1 würde mich nicht überraschen ich denke einfach dass arsenal hier ein torreich zu sehr vielen torchancen kommen wird gegen rapid wien und rapid wien hier ein arsenal london nicht stoppen kann dundag molde dann sind wir bei leverkusen gegen nizza und das ist für mich das erste gute spiel wo man richtige gute quote abschnappen kann und zwar leverkusen hat mich noch nicht überzeugt in dieser saison jetzt nur ein knapper sieg gegen mainz 1 0 sonst drei remis und ich gehe hier fest davon überzeugt dass das ein x2 wird mit einer 220er ich traue hier nizza ein ein unentschieden das ist für mich ein unentschieden selbst die fünferquote für nizza mit einem auswärts sieg würde mich nicht überraschen aber da ist leverkusen jetzt auch nicht so so schwach aber ich denke einfach leverkusen wird sehr sehr schwer haben um nizza zu schlagen und 0 2 handicap 2 ist auch glaube ich eine ganz stabile 1 40er quote darauf kann man gehen denn leverkusen wird hier nicht mit zwei toren gegen die franzosen die oben in der tabelle in frankreich zu sehen sind einfach so weg putzen leverkusen ist momentan nicht im stande ein nizza zu hause einfach so weg zu fegen ist meine meinung zu dem spiel dann haben wir die israelis von berghewa gegen slavia prague standardlüdlich glasgow rangers da sind natürlich zwei teams die man kennt aber standardlüdlich gegen glasgow rangers sehr 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 schwer zu prognostizieren und dann sind wir bei lech posen gegen benfica lissabon und lech posen an die polnische mannschaft super qualifikation gespielt mit modder der aufgestiegen ist zum nationalspieler hätten die nicht so viele gute spieler da abgegeben wäre das wirklich ein super super team und da gibt es vielleicht möglichkeiten sich auch in die ko phase zu qualifizieren in so einer gruppenphase in der europa league aber jetzt wird es natürlich ein ticken schwerer als die quali und ich denke benfica lissabon ist dazu erfahren und zu stark um dass wir hier jetzt souverän was reißen können ich denke posen ist gegen solche teams auch hinten anfällig und für mich ist das so ein spiel wo ich einfach ich will nicht gegen mein polnisches team weil das ist das einzige team was wir in der europa league haben und ich es würde mich sehr freuen wenn sie mich hier überraschen und so wie in der qualifikation auch die gruppenphase gleich starten können und benfica lissabon besiegen aber ich denke einfach dass wir tor anfällig sind und dass wir bestimmt zwei treffer von benfica lissabon kassieren werden deswegen wenn wir auch zwei machen so ein 2-2 gegebenenfalls wenn man gewinnen will müsste posen drei tore gegen wenn benfica lissabon schießen und die sind offensiv stark aber benfica lissabon ist natürlich ein ganz anderes level ganz anderer gradmesser als die gegner die in der qualifikation bespielt wurden von posen so gesehen gehe ich hier von einem 1 3 sieg für benfica aus obwohl ich posen ist ja nicht weit von von meiner geburtstadt entfernt viel glückwünsche und hoffe ich irre mich hier krass und posen startet mit einem sehr sehr guten spiel eintrufen granada ja gut sind die troffen glückwunsch was ein tor und granada ist jetzt auch oben in der spanischen liga eintrufen wird wird hier ein schwieriges spiel haben x2 aber da sind auch halt solche spiele habe ich mich ja auch nicht für entschieden saloniki nikos ja was soll man dazu sagen saloniki wohl favorisiert aber das ist auch so ein griechens zu zypern duel dann sind wir bei neapel gegen alkma reika gegen san sebastian braga gegen aeke athen leicester gegen luhansk die ukrainer bei leicester und ich denke die engländer ja die werden da zu hause auf jeden fall vor allem tore schießen ich denke leicester wird in der europa league in dem heimspiel gegen so ein ukrainisches team auf jeden fall zu mehreren gelegenheiten kommen und am ende ja wohl mit die 2 0 3 0 hier luhansk besiege zeltik ac milan sehr interessantes duel sehr interessantes duel auch ein sehr schwieriges spiel für ac milan bei zeltik obwohl ac milan super gestartet ist mit ibra in die serie a mit vier siegen aber auch schwer zu tippen dann sparta praga gegen lila lila ist erster wenn ich mich nicht täusche oder zumindest ganz ganz weit oben in der französischen liga und sparta praga ist natürlich auch sehr heimstark und das beste team in tschechien deswegen auch das kann so ein 0 0 sein aber auch so ein 0 1 schwieriges schwieriges ding dann sind wir bei villa real gegen sivaspor und hier ist villa real ganz oben in der spanischen liga haben sehr guten saison statt gehabt für mich hier ein klarer sieg für villa real gegen sivaspor da werden die türken in spanien nichts ausrichten ist aber auch nur eine 1 30er quote für sieg villa real deswegen würde ich mich hier entscheiden für die 1 42er quote mit über 1,5 tore villa real dann sind wir bei maccabi tel aviv gegen quadra bag diese quadra bag sind auch nicht so schlecht maccabi tel aviv ist aber auch gar nicht mal zu hause manchmal zu unterschätzen schwieriges spielen dann tottenham gegen lask und tottenham ist wohl eines der offensiv stärksten teams europas wer sechs dinger manchester united im rheinball hat der ist nicht zu unterschätzen jetzt haben sie 3 0 geführt bis zu der 72 minute wo bayl eingewechselt wird oder 75 und dann spielen sie noch 3 3 gegen west ham aber offensiv ja son kane jetzt vielleicht bekommt garrett bayl jetzt so ein spiel von anfang an und da wird es tore regnen das ist für mich hier ein ganz klarer sieg mit mit ja drei vielleicht sogar vier treffern von tottenham lask ist nicht zu unterschätzen aber ich denke mehr als ein tor ist wird da wird da nicht nicht bei raus kommen für mich hier so ein plus 1,5 tore für tottenham eine schmackhafte 1 40er quote dann rasgrad gegen royal antwerpen auch so ein schwieriges duel der namo zagreb gegen feina trotterdam feina trotterdam ist nicht dass feina trotterdam ja wie man es eigentlich kennt wenn man schon lange fußball schaut in den letzten jahren haben sich eigentlich schwer getan und der namo zagreb ist zu hause europäische ja schon sehr erfahrene mannschaft die sehr viele spiele in der europa league und in der champions league absolviert hat und meiner meinung zu hause in der liga sind sie auch klar und deutlich vorne werden sie feina besiegen das ist für mich ein sieg für den namo zagreb hier dann sind wir bei wolfsberger ac gegen zsk moskau zsk moskau ist erster in der russischen liga und wolfsberger ac schwümpelt da irgendwo rum im unteren mittelfeld der österreichischen liga für mich ist hier ganz klar zsk moskau favorisiert und vielleicht wird da so ein minimalistisches 0 1 oder 0 zu 2 so für für moskau hier würde ich auf auswärts sie gehen mit einer zweierquote ansonsten wer kleinere quoten mag x2 denn ich denke nicht dass wolfsberger ac in der momentanen verfassung zsk moskau besiegen kann wenn sie wenn beide natürlich mit der startaufstellung spielen mit der sie sonst spielen dann sind wir hoffenheim gegen red star belgrad wird kein leichtes spiel sein für hoffenheim deswegen ist das auch für mich habe ich außen vor gelassen und bei liberez gegen kaa gent ist da irgendwo so mittelfeld in der belgischen liga hatten auch nicht so ein super saison statt in der belgischen liga und liberez ist nicht zu unterschätzen ich würde den tschechern hier ein 1x zutrauen dass sie zu hause gegen gent nicht verlieren werden das war die letzte partie freunde das waren so ein bisschen so meine prognosen zu gewissen spielen hier wir müssen erst mal gucken wie der erste spieltag ja anlaufen wird wie er verlaufen wird und dann wird es schon ja im beim zweiten spieltag leichter zu sehen sein in welche richtung es gehen könnte in der gruppenphase der europa jetzt habe ich noch drei wettscheine freunde für euch hier und die werde ich im nächsten video gleich nach diesem video hier präsentieren heute ein richtiges maverick tv video day in diesem sinne peace outa und ratatatata macht die geldziel maschine ihr und danke für jeden daumen hoch schreibt mir eure tipps unten in die video kommentare für welche partien ihr euch entscheidet welche partien ob ihr die überspielt welche partie überspielt für wo ihr hier ein außenseiter sehen put der was reißen könnte vielleicht habe ich gewisse informationen hier nicht die einer von euch hat würde mich sehr interessieren hier vielleicht doch noch aus der einen und anderen partie mal was gutes rauszuholen in diesem sinne peace outa und ratatata macht die geldziel maschine hier